Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Crystal Nasslock Challenge. Ja, nach ungefähr einem Monat Verspätung sehen wir uns hier endlich wieder. Und ich war viel unterwegs. Also erst war ich eine Woche faul, dann war ich viel unterwegs. Und ja, jetzt bin ich endlich wieder in Rostock angekommen und jetzt geht's auch gleich weiter mit dem Let's Play. Ist ja quasi sofort ohne Verzögerung hier. Ja gut, ich bin gestern Abend angekommen und jetzt machen wir mal weiter hier. Los. Kramux wurde besiegt. Ja, ist auch cool, wenn man hier erstmal so alles nicht einrichtet, während man noch redet und dann erstmal das Let's Play überhaupt anfängt. Ich habe gerade nochmal das Fenster in die richtige Position gezogen. So, wir haben 363 GP erhalten. Und Philipp auch. Sehr schön. Rocketfroschland wurde besiegt. Okay. Das darf nicht wahr sein. Ich habe mich so angestrengt und dann noch verloren. Ja, hast du. Gut, wo auch immer ich hier bin, schon wieder im Rocket-Turm. Ich habe kurz in die letzte Folge geguckt, also in meine letzte Folge, Eriks darf ich auch noch nicht gucken. Und ich habe gesehen, dass das ja die Folge war, in der ich leider nicht Ursula entwickeln konnte. Es war Ursula, oder? Und Erik hat das auch nicht getan. Oh, ist das lieb von ihm. Das werden wir dann auch gleich nachholen. Weil, also, also ich dachte mir das schon, äh, weil irgendwer, ich glaube, ja genau, Sina hat dir gesagt, dass Erik süß für mich gewesen wäre. Und, äh, ich bin falsch, ich wollte ihn, äh, das Item wegnehmen. Und ich dachte mir schon, dass Erik, äh, diesmal drauf, äh, also, ich hatte ja wegen, wegen, äh, wo ist er denn? Wegen Parzival ein bisschen mich, äh, hier, äh, ja, rumgeheult fast schon. Und, äh, diesmal hat er mir das überlassen, das, äh, ist ja lieb von ihm, finde ich, äh, gut. So, wir, wir haben jetzt hier den EP-Teiler, den wir ihm geben können. Wenn wir ihn finden, da ist er. Und, äh, wir können auch Philipp gleich mal wieder das Zauberwasser geben. Oder? Nö, wir geben den EP-Teiler gleich wieder zurück. Oder? Na, wir geben Philipp erstmal... Ach, wisst du was, wir benutzen Philipp doch jetzt eh nicht, da brauche ich kein Zauberwasser. So, muss ich hier jetzt rein, oder was? Sieht so aus, wenn er hier dagegen läuft. Oh, du bist so weit gekommen, du musst ein ausgezeichneter Trainer sein. Wir planen, die Radiostation zu annektieren und unsere Rückkehr bekannt zu geben. Das sollte unser Anführer Giovanni überzeugen, sein Solo-Training abzubrechen und zurückzugehen. Wir werden unsere Führerung wiedererlangen. Ich werde nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzst. Ähm, okay. Das war gerade ein undefinierbarer Akzent aus, äh, mehreren verschiedenen Zusammengemüssen, glaube ich. Und, äh, Rocket-Vorstand möchte kämpfen. Äh, Rocket-Vorstand schickt der Hund-Ooster in den Kampf. Das ist natürlich wunderbar. Oh, ist das süß. Na, kein Mitleid. Es wird natürlich, äh, geplättet, indem wir unsere schönen Steinattacken benutzen. Guck mal, wir sind sogar schneller als Hund-Ooster. Das überrascht mich schon ein bisschen. Weil wir sind nur ein Level drüber und Hund-Ooster ist, ja, ist ein Hund. Das müsste eigentlich schneller sein als so ein Stein. Wie auch immer, wir haben es besiegt. Äh, wir hätten vielleicht auch vorher mal heilen sollen. Ähm, ja, speziell jetzt in so einem Fall von Smogon. Ähm, wir haben, wie viel LP haben wir? Ach, uns fehlen nur 37. Und 38. Wir machen einfach Densität. Renate, weißt du? Fünf. Äh, hoffentlich macht es nicht. Ja, okay. Ah, ha, ha, ha. Gut. Es macht kein Finale. Es hat nicht mal Teckel geschafft. Und jetzt mit der Acht sollte es, äh, das gewesen sein für Smogon. Ja, wunderbar. Schön. Und Ursula hat 402 EP. Und Rocket-Vorstand schickt Hundemann in den Kampf. Hat Ursula sich eigentlich schon entwickelt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich glaube nicht. Ähm, wir machen einfach nochmal Intensität. Hundemann kann uns ja nicht viel anhaben. Außer vielleicht ein bisschen beißen. Uah! Uah! Oh, das hat sich natürlich gleich gerecht. Uah und oh. Ja, genau. Renate tut nämlich niemand ungestraft weh. Hundemann hier, ne? Passt bloß auf, Fräulein. Oh, da haben wir fast schon das nächste Level erreicht. Unfassbar. Feuchtabend besiegen. Nein, vergibt mir Giovanni. Oh, das war knapp, ey. Ursula entwickelt sich. Es hat 252 gereicht. Woo! Juhu! Ursula. Glückwunsch, denn Ursula wurde zu Alt-Polo. Ja. Und, äh... Moment, ich erzähle euch das gleich. Wie kann das... Wie kann das sein? Unsere Träume wurden zerschlagen. Ich konnte meine Aufgabe nicht erfüllen. Wir Giovanni werden die Stimmroketier und heute auferlösen. Lebe wohl. Ähm, okay. Jetzt kommt erst mal noch der Intendant, aber ich will was erzählen. Götz, vielen Dank. Dein couragiertes Handeln hat die Pokémon im ganzen Land gerettet. Ich weiß, es ist nicht viel, aber nimm dies bitte. Götz, erhält Klarglocke. Oh, oh. Götz, erhält Klarglocke in Basis-Items. Früher gab es ja einen Turm in Dukaisa City, aber er war alt und baufällig, also haben wir ihn durch unseren Radioturm ersetzt. Beim Bauen haben wir diese Glocke gefunden. Ich hörte, dass früher viele verschiedene Pokémon in Dukaisa City lebten. Vielleicht hat diese Glocke etwas mit dem Zinnturm in Dukaisa City zu tun. Ah, das erinnert mich. Ich habe die Marocke zufällig flüstern hören. Es scheint, als führen sie etwas am Zinnturm im Schilde. Ich habe keine Ahnung, was vor sich geht. Vielleicht solltest du es überprüfen. Okay, ich gehe in mein Büro zurück. Alles klar. Dann gehen wir in dein Büro zurück. Ich wollte erzählen, dass bei der Entwicklung kommen doch immer diese Funken sozusagen. Diese Bällchen, die sich in der Spirale bewegen, wenn das neue Pokémon gezeigt wird. Da ist noch ein Item. Und die sehen zwar bunt aus, aber ich habe festgestellt, wir haben ihn dabei gefunden, schön. Die sind gar nicht bunt, sondern die wechseln nur alle paar Millisekunden ihre Farbe. Und das sieht dann so aus, als wären sie bunt. Das ist voll der coole Effekt, finde ich. Wo ist hier eigentlich sein Büro, wenn er hier unten... Ach, egal. Wir gehen jetzt einfach raus. Ja, also ich finde, das ist voll der coole Effekt und so. Und ich finde das voll cool. Ja, das wollte ich sagen. Genau das. Ich hoffe, wir finden hier den richtigen Weg. Ja, wir probieren, wenn wir schon irgendwie hinkommen. Ja, genau. Ist mein Mikrofon eigentlich schon wieder so leise eingestellt? Ich weiß gar nicht, was ist denn los. Ist das vielleicht zu weit weg von meinem... Naja, egal. Das werde ich dann bei Autosted hier zur Not lauter stellen. Jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Okay. Und jetzt wieder runter. Aber doch, jetzt ist es, glaube ich, besser. Jetzt habe ich das Mikrofon näher am Mund und jetzt hört man mich auf einmal besser. Ja, ist natürlich hyperprofessionell wieder, dass ich das jetzt hier alles schon wieder so verkackt habe. Wie hoch ist denn der scheiß Turm? Ich lerne hier ganz nett dumm rum. Äh... Noch ein runter. Bin ich jetzt schon wieder hochgerannt oder was? So, hat es sich jedenfalls angefühlt. Noch weiter runter. Ist unfassbar. Aber an den Raum kann ich mich erinnern. Ah, hier ist unten. Das weiß ich. Wollen wir wieder einen Lamus gewinnen? Ne, ist ja auch fies. Ach Quatsch, mit einem Lamus irgendwas anderes gewinnen. Ähm... Dann gehen wir mal jetzt ins Pokémon Center und gehen Renate heilen. Ja, ja. So. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja, bitte. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Habe ich sie jetzt nachgeäfft? Ja, ich habe sie nachgeäfft. Vielleicht merkt sie dann, dass sie ganz schön dumm spricht. Danke, deine Pokémission Topfield. Komm jetzt wieder vorbei. Dankeschön. Ich dachte mir, ich lese das mal wieder vor, nach so langer Zeit, wo wir das nicht gemacht haben. Ähm... Ja, Leute. Was machen wir jetzt eigentlich? Ähm... Götz. Siehst du, wir haben noch eine letzte Arena vor uns. Aber kein Pokémon, mit dem wir diese Arena betreten können. Ha. Ja, ich weiß noch, wie Eregut und ich uns darüber in den Kopf zerbrochen haben, was wir am besten machen, um diese Arena zu besiegen. Weil das ist eine Drachen-Arena. Und gegen Drachen, äh, es sind auch Dratini dabei. Die können Elektro, die können Wasser, die können Eis, die können alles. Und halt auch, äh, Drachen. Also es ist, äh, eine ziemlich schwierige Sache, die wir da vor uns haben. Klaus wäre einerseits ganz gut, aber der ist, glaube ich, ja, warum eigentlich nicht Klaus? Klaus hat nämlich, der ist ja Typ Elektro und Stahl. Hat Stahl eine Schwäche gegen Wasser? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ja, ansonsten würde ich sagen, Klaus nehmen wir dann. Aber wir gucken erstmal, wir haben jetzt, also ich will nicht, also mit der Klar-Glocke, nur falls ihr das nicht wisst, äh, mit der Klar-Glocke können wir uns in Teak-City, warte nochmal hoch, hier, hier, da jetzt, können wir uns in Teak-City Soekun fangen. Das ist aber Level 40 und ich möchte ganz ehrlich gerade nicht gegen Soekun kämpfen. Ich weiß gar nicht, ob wir schon was in Teak-City haben, Pokémon. Ich bin schon wieder so unvorbereitet hier. Äh, aber Erik wird das sicher besser haben, der ist ja immer vorbereitet. So, wir fliegen mal nach Teak-City. Und ich glaube, wir haben auch in dieser Stadt noch kein Pokémon gefangen, also könnten wir hier ein Pokémon fangen, aber Soekun zählt ja als legendär. Boah, Leute, ich weiß nicht mal mehr, ob wir legendäre Pokémon fangen oder nicht, oder fangen und dann wegstecken. Aber ich glaube, das war's. Fangen und dann wegstecken. Egal. Ähm, dann machen wir wieder eine Trainingsfolge, weil, ihr seht schon, ich habe schon wieder keinen Plan, was ich hier zu tun habe oder was nicht. Und, äh, wir fliegen mal nach Ebenholz-City. Da waren wir anscheinend schon. Ja, da waren wir natürlich schon, haben wir da schon. Und, äh, steigen mal aufs Fahrrad. Und gehen jetzt einfach trainieren. Vielleicht nicht im Eispfad, aber... Ja, ja, weil ich weiß gerade schon wieder nicht, was ich machen soll. Ich will Soekun nicht fangen, weil, äh, ich habe Angst davor und ich fühle mich nicht stark genug, um gegen ein Level 40 Soekun anzutreten. Und, ich, äh, will, will, äh, ich will Soekun nicht fangen und ich, äh, weil, äh, kann nicht in die Arena gehen. Und ich weiß noch gar nicht, ob wir die, äh, also wir, wir schaffen die Arena noch nicht. Wir brauchen erstmal ein Pokémon, äh, was da hilft. Was ist die Dunkelhöhle? Äh, hatten wir Blitz? Blitz dabei? Ach, Norbert konnte Blitz, oder war das mit ein anderes Display? Oh, ich fühle mich so doof. Aber ihr müsst jetzt mit klarkommen. Ab der nächsten Folge weiß ich viel über alles Bescheid. Macht euch keine Sorgen. Ich gucke mal, wer von uns Blitz konnte. Blitz halt den PCM, Blitz, 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 Bl Ich will jetzt nicht Elfriede extra zur VM-Hura machen, deswegen. So, wir gucken mal hier. Nee. Nee. Nee, die können alle keinen Blitz, soweit ich weiß. Ach, unsere schönen Pokémon alle. Dörte, kann Dörte Blitz? Nee. Aber Furienschlag. Andreas. Andreas. Äh, ja. Norbert kann auch keinen Blitz. Ah, ich hatte in einem anderen Let's Play meinen Ninjask Norbert genannt. Äh, nicht Let's Play, sondern als ich selber Saphir gespielt habe, habe ich meinen Ninjask Norbert genannt. Und mein Ninjask konnte Blitz. Und deshalb kam ich auf Norbert. Ach, seht ihr, wir können gar nicht mehr viel trainieren. Wir können schon wieder nur Schwachsinn machen hier, weil die Folge schon wieder fast vorbei ist. Aber irgendwer muss doch Blitz können. Äh, ich gucke nochmal. Warte mal. Ich fange von unten an, da bin ich jetzt nicht so gerade so. Also, Norbert kann keinen Blitz. Andreas kann keinen Blitz. Dörte kann keinen Blitz. Doris kann keinen Blitz. Kann Doris Blitz? Kann überhaupt ein Pokémon von uns Blitz? Waltraud. Detlef. Bertram. Wütter. Gapador. Smogon. Äh, Frieda. Egeitrud. Günther. Wolfram. Ein Wolfram, also ehrlich. Goldini. Heinz. Kein Blitz. Karrados. Volker. Ulf. Die können alle keinen Blitz. Wen haben wir denn dabei? Oh, ja, danke. Julius, Schuljunge. Jetzt doch. Ich, Julius. Ist heute nicht schön. Die Intelligenz von meinem Volterbeil steigt und steigt. Es könnte intelligenter als deines sein. Ich hab'n Volterbeil. Nein, ich hab' mich mit Leichtigkeit. Da hab's ihr besiegt. Ich denke, wenn wir uns gegen sein Stips geben, hilft uns das. Bis später. Ja, dir hilft das. Aber mir noch nicht. Und, äh, ja, ich kann nichts exzellen. Ist okay. Ich kann nur Hallenserisch. Aber da müsst ihr mich jetzt nicht für dissen, nur weil ich das jetzt einfach so trotzdem gemacht habe. Ähm, ähm, was wollte ich denn? Pokémon. Ja, ja. Ich albe nur rum. Aber die Zeit vergeht für mich schon wieder so schnell. Eine Viertelstunde ist so kurz. So, äh, Klaus kann garantiert keinen Blitz. Das wäre Verschwendung. Blitz kriegen nur Pokémon, die wir nicht brauchen. Äh, okay, wir brauchen alle Pokémon. Das ist ein Nassblock. Aber ihr wisst, was ich meine. So, äh, ja, dann, äh, zeig ich, äh, stelle ich einfach Erik hier vor die Dunkelhöhle. Oder ich zeig Erik die Klarglocke oder sowas. Ich stelle ihn vor die Arena und zeig ihm die Klarglocke. Das ist gut. Dann weißt du, was er zu tun hat? Aber ich hab'n ja noch ein bisschen Zeit. Ich geh einfach so in die Dunkelhöhle und, äh, besieg noch ein Pokémon. Oh, Mann. Ja, ohne Fahrrad, weil Fahrräder sind für, äh, Noobs. Wisst ihr? So, ich geh jetzt hier einfach hin und her so ein bisschen. Weil ich kann ja keinen Blitz. Ich will mich hier nichts besiegen. Ah, ja, da greift mich was an. Mal sehen, wie stark die hier sind. Ich hab' grad gefragt, ob ich im Pokémon Center war. Aber ja, ich war im Pokémon Center. Oh, super. Jetzt nicht Intensität einsetzen. Äh, bin ich eigentlich der Spezialist für. Aber diesmal nicht. Also, meine Intensitäten sind schwach. Aber ich bin halt so der Typ, der andauernd Intensität einsetzt. Obwohl's beim falschen Pokémon ist. So wie in meiner letzten Folge. Das weiß ich noch. 88 dp. Na, wenn wir Glück haben, können wir noch eins machen. Eine halbe Minute haben wir noch. Ja, genau. Und dann machen wir das jetzt noch schnell. Oh mein Gott. Ein Ursaring. Aber wir haben in der Dunkelhöhle ja schon was gefangen. Leider, leider. Und deshalb wird Ursaring jetzt besiegt. Ich hätte gern eins gehabt, aber das hat wohl nicht ganz geklebt. Okay, ich setze Eric nicht vor die Arena. Ich hoffe, dass ich das Ursaring noch in meiner Folge besiege. Oh nein, paralysiert. Ich mache noch mal Intensität. Und damit... Wir haben es geschafft. So Leute, und nach der Animation lasse ich euch auch raus. Viel Spaß mit Eric. Ciao.